Hallo meine Lieben, heute geht es nach Düsseldorf auf die Königsallee, auch Kür genannt. Dies ist einer der führenden Luxuseinkaufsstraßen Europas. Wir befinden uns im Jahre 1991. Der damals 71 Jahre alte Otto Erich Simon hat das Glück, nicht nur ein Haus auf der Kürze besitzen, sondern gleich zwei. Nummer 76 und Nummer 78 darf er sein Eigen nennen, diese erwarb er 1963. Sie befinden sich zentral auf dem Boulevard. 1991 haben beide Immobilien zusammen einen Wert von 100 Millionen D-Mark. In einem der Häuser befindet sich das Auktionshaus Anthony, in dem anderen ein Teppichladen. Früher besaß der ehemalige Weinhändler Simon wohl ein Weinlokal auf der Kür, womit er sich ein beträchtliches Vermögen erwirtschaftet hat. Wie es nun 1991 finanziell bei ihm aussieht, mal abgesehen von den beiden Immobilien, die er besitzt, weiß keiner so genau. Denn wohlhabend wirkt Otto Erich Simon heutzutage keinesfalls mehr. In einem seiner Häuser bewohnt er die obere Etage, beziehungsweise er haust dort wohl eher als das er bewohnt. Angeblich schläft er auf einem karten Matratzenlager, gönnt sich lediglich den Luxus, in einem Café in der Nähe zu frühstücken. Er gilt als ausgesprochener Geizkragen, geizig gegen sich selbst und gegen andere. Er reist zwar viel, aber ausschließlich mit dem günstigen Seniorenticket. Wohin weiß keiner so wirklich? Denn er ist weder verheiratet, noch hat er Kinder und lebt seit etwa 40 Jahren alleine. Auch seine Immobilien, die seit 30 Jahren in seinem Besitz sind, wurden je renoviert oder modernisiert. Außerdem scheint es bei ihm auch paranoide Episoden zu geben. So sitzt er, Gerüchten nach des Öfteren, im Schlafanzug und mit einem Gewerbe waffnet in einem seiner Häuser im Treppenhaus aus Angst vor Einbrechern. Doch abgesehen von den Gerüchten weiß man doch gar nichts über den ehemaligen Weinhändler. Er führt ein unscheinbares Leben, keiner kennt ihn wirklich. Aber zurück zu den Immobilien. Auch wenn diese nie von Otto, Erich, Simon gepflegt wurden, sind diese wegen der 1a-Lage heiß begehrt. Er bekommt daher ungefragt ein lukratives Kaufangebot nach dem anderen. Zwischen 1990 und 1991 hätte er seine Immobilien für ganze 120 Millionen Mark veräußern können. Aber der Sparfuchs Simon will nicht. Er genießt die Aufmerksamkeit, lässt zahlungswillige Käufer Gebote abgeben und macht dann jedes Mal vor Zustandekommen des Kaufvertrages einen Rückzieher. Einer der zahlungswilligen Käufer ist Hans-Johann Hansen, ein Düsseldorfer Baulöwe. Dieser hat ihm wohl immer und immer wieder ein Kaufangebot unterbreitet, jedes Mal vergebens. Merkt euch schon mal den Namen, denn dieser wird später noch eine große Rolle spielen. Am Freitag, den 12. Juli 1991, sieht ihn seine Ärztin bei einem Spaziergang über die Köh. Das wird auch das letzte Mal sein, dass Otto, Erich, Simon gesehen wird. Sein Verschwinden fällt die ersten Tage nicht auf, da er ja regelmäßig verreist, ohne irgendjemanden darüber in Kenntnis zu setzen. Zehn Tage später, es ist der 22. Juli 1991, legt der Düsseldorfer Geschäftsmann und Bauunternehmer Hans-Johann Hansen, damals 51 Jahre alt, bei einem schweizerischen Notar den Kaufvertrag für beide Immobilien an der Königsallee vor. Die Aufregung in der Szene ist nun groß. Keiner kann sich wirklich erklären, warum Simon nun die Grundstücke doch verkauft hat. Nun haben wir neun Wochen nach Simons Verschwinden, den 14. September 1991. An diesem Tag steht in der Düsseldorfer Ausgabe der Bild-Zeitung in einem Artikel, dass Simon seine beiden Häuser an der Köh an die Schweizer Immobilienagentur, Plankontrakt AG, im Kanton Klauros verkauft hat, für 30 Millionen D-Mark. Informant der Bild-Zeitung ist der Rechtsanwalt Rainer Heinz Klingler. Nun wundert man sich, warum er so weit unter dem Preis verkauft hat, obwohl er Angebote in vierfacher Höhe erhalten hat. Rechtsanwalt Klingler meint dazu, dass die 30 Millionen Euro in Bar geflossen seien, verpackt in einem Reisekoffer. Otto-Erich Simon habe sich den Reisekoffer geschnappt und sei ohne Angaben einer neuen Adresse verschwunden. Wahrscheinlich hatte es sich bei diesem Mann um einen Doppelgänger von Simon gehandelt. Daher nun ein kleiner Spoiler. Denn später konnte man feststellen, dass die Unterschrift auf der Quittung, die zum Empfang des Geldes von Simon ausgestellt wurde, wohl gefälscht war. Auch die Düsseldorfer Kötschigerier glaubt davon kein Wort. Es wird gemunkelt, dass der Kaufpreis für diese Lage viel zu niedrig sei. Wer ist diese Plan-Contract-AG eigentlich und warum posaunt Hans-Johann Hansen herum, dass er die Immobilie erworben hat und dort nun ein Luxustempel plant? Zwischenzeitlich hat Hansen die beiden Immobilien entrümpeln lassen und für den Abriss vorbereitet. Als dann das Obergeschoss, was von Otto-Erich Simon bewohnt wurde, entrümpelt werden soll, stoßen die Arbeiter auf Simons Reisepass und Checkkarten und werden stutzig. Außerdem finden sie auch Simons Testament, in dem steht, dass die beiden Häuser niemals verkauft werden dürfen. Scheinbar haben die Entrümpler wohl mit dem einen oder anderen über ihren Fund geredet, sodass die Medien davon Wind bekommen und die Geschichte dann natürlich gerne aufgreifen. Aber erst mal passiert nun wieder gar nichts. Bis zum 24. Dezember 1991, Otto-Erich Simon ist nun schon fast ein halbes Jahr verschwunden, geht ein Freund Simons, der Bäckermeister Herbert Zaunbrecher, zur Polizei und meldet ihn als vermisst. Erst jetzt kann die Polizei tätig werden. Schnell finden sie heraus, dass die Schweizer Immobilienfirma PlanContract AG, an die Simon seine Immobilien verkauft hat, nur eine Briefkastenfirma ist. Und nun ratet mal, wer hinter dieser Briefkastenfirma steckt. Kein geringerer als der Baulöwe Hans-Johann Hansen. Als die Polizei sich dann den Kaufvertrag genauer anschaut, den Hansen von Simon erhalten haben will, stellt sich der recht schnell als eine Fälschung heraus. Somit verdächtigt die Polizei nun Hansen, mit dem Verschwinden von Simon etwas zu tun zu haben. Denn der hat ja nun durchaus ein Motiv. Die beiden Immobilien. Und diese kann sich Hansen nur aneignen, wenn Simon verschwunden ist. Zumal kommt dann auch noch heraus, dass Hansen als junger Mann wegen diverser Eigentumsdelikte, fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht für viereinhalb Jahre in einem Gefängnis in Remscheid einsaß. Somit landet Hans-Johann Hansen am 29. Januar 1992 in Untersuchungshaft. Allerdings nicht wegen Mordes, sondern wegen Betrugsverdachtes und Dokumentenfälschung. Dann findet man bei einer Hausdurchsuchung bei Hansen die Quittung eines Baumarktes. Gekauft wurden unter anderem eine Betonsäge, Plastiksäcke, drei verschiedene Paar Arbeitshandschuhe, Hacke, Spaten, sowie eine Betongießkarre. Was auch immer eine Betongießkarre ist, also ich weiß es nicht. Dies finden die Ermittler und die Staatsanwaltschaft natürlich höchst verdächtig. Man mutmaßt, dass diese Dinge benutzt wurden, um eine Leiche in Beton zu gießen. Somit wird die Anklage gegen Hansen wegen Betrugsverdachtes beziehungsweise Dokumentenfälschung auf Mord ausgeweitet. Das Problem ist, es gibt keine Leiche. Am 1. Februar 1994 Otto Erich Simon ist nun schon seit gut zweieinhalb Jahren verschwunden, beginnt dann trotzdem vor dem Düsseldorfer Schwurgericht der Indizienprozess gegen Hans-Johann Hansen. Die Anklage hat allerdings nichts. Kein Tatort, keine Leiche, kein Tathergang, nur eine Theorie. Hansens Verteidiger hingegen fordert direkt nach Auftakt des Prozesses eine Einstellung des Verfahrens, da bis dato ja noch nicht einmal sicher ist, ob Simon überhaupt tot ist. Außerdem rät er Hansen, gar nichts mehr zu sagen, der diesen Rat auch annimmt. Nach zwei Jahren Prozessdauer, der keine weiteren Ergebnisse zutage gebracht hat, wird das Verfahren zu den Akten gelegt, da der Angeklagte Hans-Johann Hansen mittlerweile unter so schweren Depressionen leitet, dass er von medizinischen Gutachtern als verhandlungsunfähig eingestuft wird. Von anderen Seiten wird Hansen unterstellt, er simuliere nur. Hansen wird dann auch aus der Untersuchungshaft entlassen. Wir haben nun Anfang März 1997. Otto-Erich Simon gilt nun schon fünf Jahre als vermisst, als er dann vom Amtsgericht für tot erklärt wird. Nochmals fünf Jahre später. Anfang 2002 wird das Verfahren gegen Hans-Johann Hansen dann auch endgültig eingestellt. Was aus Hansen letztendlich wurde und ob er noch lebt, konnte ich leider nicht herausfinden. Nur, dass er 2011 in einer anderen Sache nochmals vor Gericht stand. Im Frühjahr 2008 werden die beiden Immobilien auf der Kö abgerissen. Neue Gebäude werden hochgezogen. Nun findet man in den beiden Gebäuden Nummer 76 und 78 das größte Zalando Outlet Deutschlands. Ein Neffe Simons hat nachdem dieser 1997 dann für tot erklärt wurde, die beiden Häuser geerbt und sie dann Anfang 2000 samt Grundstücken verkauft. Was denkt ihr, gab es überhaupt einen Mord oder hat Otto Erich Simon vielleicht alle aufs Kreuz gelegt und danach noch mehrere Jahre bis zu seinem Tod, wer weiß schon wo, unerkannt gelebt?